Wie war ich beim Arzt? Nein, das ist nicht wichtig. Ich habe... Ich dachte, dass... Schatz, ich fühle Ihren Sand. Und wenn man das riecht... Was ist das? Dann schläft man ein. Es reiselt aus mir raus. So. Ah. Es ist keine Metapher. Mhm. Ich fühle tatsächlich Sand. Mhm. Schönes Bild. Heute ist Tango im Schwanen. Häng zu! Das ist einfach für das Talent. Ah! Ich merke es ja ganz genau. Etwas ist komisch. Das ist sicher einfach nur eine Phase. Muss man helfen. Es muss irgendeinen Zusammenhang geben. Ine rüsselt etwas. Du redest. Hilfe! 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 Wuhu! 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 Schlauze jetzt! Yalala! Wuhu!